Hi, hello, my name is Gwyneth. Mein Name ist Gwyneth. Ich heiße Gwyneth, wie man das auch immer richtig auf Deutsch sagt. Okay, ich bin jetzt lange genug in Österreich, wo ich mir gedacht habe, jetzt muss ich mir endlich einmal zusammenreißen und diese Videos auch auf Deutsch machen. Denn ich mache sehr, sehr viel auf Englisch, war auch lange in beiden Vereinten Nationen und anderen internationalen Organisationen beschäftigt. Deswegen mache ich sehr viel in Englisch. Aber ich glaube, es ist jetzt an der Zeit, überhaupt in Österreich auch wirklich irgendwas auf Deutsch zu machen, damit viel mehr Leute das verstehen, wovon ich spreche. Es geht darum, wir als Menschen haben wirklich Schwierigkeiten damit, uns selbst zu verkaufen. Okay, manche Leute mögen das Wort überhaupt nicht und glauben gar nicht, dass wir uns selber verkaufen müssen. Aber wenn du ein Jobinterview hast, Vorstellungsgespräch oder wenn du auch weiter studieren möchtest oder wenn du schon im Geschäft bist, wenn du Einzelunternehmerin bist zum Beispiel und musst andere Leute ansprechen, dass du mehr Einkommen bekommst, dass du Verträge bei denen bekommst, musst du dich verkaufen können, musst du dich vermarkten können. Und das ist schwierig. Als Kinder werden wir erklärt, seid ruhig in der Schule, dann zu Hause die Eltern, seid ruhig, geh auf das Zimmer, spiel. Du sollst nicht über dich so sprechen. Und das bleibt alles drin. Und dann, wenn wir älter werden, wenn wir erwachsen werden, haben wir dann wirklich Probleme, über uns selbst zu sprechen. Und es geht uns einfach nicht gut dabei, andere zu erklären, wie brillant wir sind. Aber ich weiß, du bist brillant. Und genau das mache ich. Ich helfe Menschen, aus Sicht das Beste zu machen. Ich helfe sie herauszufinden, welches Image sie haben möchten, welches Branding sie haben möchten. Und dann helfe ich sie, sich zu verkaufen. Auf nette Weise, damit niemand merkt, dass du das wirklich machst. Ich habe einen YouTube-Channel. Ich werde all meine Videos mit einer österreichischen Flagge kennzeichnen, damit du auch weißt, welche Videos auf Deutsch sind. Du kannst natürlich auch gerne meine ganzen Videos auf Englisch auch anschauen. Aber über die nächsten Wochen, über die nächsten Monate, also einmal in der Woche, mindestens einmal in der Woche, poste ich da ein Video, wo du lernen kannst, wie wirklich du der eigene Brand zusammenstellst. Überhaupt in Österreich, beziehungsweise Deutschland, eventuell auch in der Schweiz. Es fängt schon bei der Lebenslauf an. Das ist ja eine Katastrophe. Weil wenn ich einen Lebenslauf über eine Seite mit einem blöden Foto drauf, und da steht aber nur drauf, was ich alles studiert habe, das bin ja nicht ich, das bist ja nicht du. Du bist ja etwas Besonderes, oder? Du hast bestimmte Eigenschaften, die du, weißt nicht, du hast einfach Werte, die jemandem sehr wertvoll sind. Du bist nicht dein Matura oder dein Uni-Abschluss oder was auch immer. Du bist ein Mensch. Und das, das möchte ich in dir hervorheben und wirklich der Welt zeigen, wie wunderschön, wie wunderbar, wie wahnsinnig, super spitzenmäßig du bist. Okay, wie gesagt, Gwyneth Herr, das war ein bisschen ein Mischmasch. Ich bin ein bisschen nervös, weil ich weiß, mein Deutsch, meine Grammatik ist nicht sehr gut, aber ich glaube, es geht eher darum, was ich zu sagen habe und nicht, wie ich es sage. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.